So, heute machen wir Goschki von Minuma. Hier haben wir jetzt vier Stück in der Wanne. Sind vier sehr gute Goschki. Sind drei Jahre alt. Also wer hier noch ein schönes Exemplar sucht, die sind qualitativ alle drei, alle vier sehr gut. Also heute können ein paar Versprecher kommen, es ist einfach zu warm. Das muss man einfach sagen. Das Wasser ist nicht so warm, also wir haben da 24 Grad. Das ist okay. Gute Temperatur für Koi. Also, Minuma ist in Japan bekannt für seine Goschki. Die vier Koi hier sind alle weiblich, sind qualitativ sehr gut. Bei Interesse könnt ihr die gerne live vor Ort angucken. Die sind alle bei uns hier im Geschäft. Also ich wüsste jetzt nicht, welcher das schönste ist. Das muss der Kunde entscheiden, weil es alles Geschmackssache ist. Von der Größe her haben die so 50 bis 60 Zentimeter. Also wir messen die jetzt ganz genau und machen Einzelvideos sowie Bilder.